Herzlich willkommen, liebe Bodybuilding- und Fitnessfreunde. Ich bin so mächtig, mächtig stolz, jetzt endlich bekannt geben zu dürfen, dass ich jetzt mittlerweile das veröffentlichen kann, dass ich jetzt in dem Team von Elite bin. Und nicht nur im Team, sondern auch mit Sicherheit wird man viel, viel mehr von mir und von meinem Content sehen. Danke, danke Elite für dieses Vertrauen, das ihr in mich setzt. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Endlich kann ich wirklich, wirklich das bekannt geben. Ich habe nach langer, langer Zeit einen Sponsor angenommen. Ich hatte wirklich über die Jahre hinweg sehr, sehr viele Anfragen. Und ich konnte, wie gesagt, vorher immer mich da nicht einfinden bei manchen Firmen. Manche konnte mich überhaupt nicht identifizieren damit. Manche Produkte waren überhaupt nicht meins. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin offizielles Mitglied beziehungsweise mit dem Kopf von Elite, eigentlich mit der Kopf von Elite zumindest nach außen getragen. Und ich freue mich auf jeden Fall eine richtige Zusammenarbeit mit diesen tollen Leuten. Wir kennen uns schon teilweise wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre, also bestimmt fast zwei Jahrzehnte, sind genauso wie ich Hamburger, sind richtig gut am Ball und sind mit dem Startschuss der FIBO, oder mit der FIBO ist der Startschuss gefallen, halt, dass Elite auf dem Markt war. Und viele haben vielleicht auch Elite schon gesehen, auf der FIBO direkt. Da geht es in erster Linie natürlich um so Geschichten wie Kekse oder so Naschcups von Peanut Cups, also die sind Porno. Aber es geht auch um Produkte wie Booster, es geht um Produkte wie Clear-Eiweiß-Geschichten, natürlich auch Supplementierung von Omega bis Zink, Magnesium, Glutamin, Kreatin, Arginin, Citrullin, also auch so pumpende Geschichten. Und das ist wirklich nur der Anfang, denn die Range wird sich so, so heftig nach oben entwickeln. Also ihr könnt wirklich gespannt sein und ich bin richtig happy, mit von Anfang an dabei zu sein und euch natürlich auch damit weiterzuführen. Es wird sehr viel Content geben, es wird sehr viel Bodybuilding natürlich geben. Auch Elite wird im Prinzip meinen Kanal mit natürlich befeuern und ich habe wirklich gute Leute hinter mir, wo dann das Content noch viel, viel intensiver und an euch gebracht werden kann. Also im Großen und Ganzen eigentlich nur ein Zugewinn. Ich freue mich richtig auf diese Zusammenarbeit. Hier im Hintergrund mal einige Produkte schon mal aufgestellt, aber es werden, wie gesagt, bis zu 200 neue Produkte noch dazukommen. Das ist jetzt wirklich nur der Tropf auf den heißen Stein gewesen, auf der FIBO. Und da war schon ein Schlachtfeld von der positiven Aufnahme von den Leuten, die haben gesagt, also das ist, mehr geht nicht an Geschmack, Volumen, was da rausgefeuert worden ist. Aber lasst, seid wirklich gespannt, was da noch kommt, die nächste Zeit. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste Zeit und ich freue mich. Danke, danke an die Leute von Elite, dass ihr, wie gesagt, das Vertrauen in mich setzt und ich setze das Vertrauen natürlich auch in euch. Eine super Zusammenarbeit wird es und ihr profitiert davon mit mehr Content, mit besserem Content und natürlich auch durchgehenden Content, wovon ihr im Prinzip rausziehen könnt, wie es so in dieser Bodybuilding- und Fitnesswelt aussieht, gerade auch hinter den Kulissen, gerade bei Wettkämpfen und so weiter und so weiter. Ich bin da wirklich sehr, sehr positiv eingestellt, dass es euch gefallen wird und schaut mal auf die Seite rauf in lead.de. Lohnt sich wirklich, ob auf Social Media oder auch online. Wie geil ist denn mein Sponsorpaket? Mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Hammer, Kekse, ey, da ist ja jeder, da sind Kekse, da sind Kekse. Also da ist ja jeder Sonntagnachmittag gerettet am Kaffee. Dann habe ich natürlich, boah, die unschlagbaren Peanut Cups. Ey, da ist sogar ein Ronny Kuhlmann schwach geworden. Der hat sich da ein ganzes Paket mit nach Hause genommen. Also wenn ihr auf Erdnuss steht, dann ist das Porno, das kann ich euch gleich genau sagen. Und dann kommen wir nachher natürlich zu Produkten, so wie, ja, guck mal, ISO, Clearway. Und das Coole ist, und das wirklich das Coole ist, guck mal, wie viele Pakete kann ich denn übereinander packen? Da kommt dann noch hier noch ein EAA dazu. Dann habe ich hier noch ein Citrullin dazu, noch ein Arginin dazu. Und alles schiebe ich so ganz locker in meinen Schrank rein. Und das sieht alles ordentlich unsortiert aus. Und nicht irgendwie 1000 Beute, 1000 runde Dosen. Das hat schon System dann schön clear gehalten. Wirklich, da gibt es nicht irgendwelche Abziehdinger, die ich da runterziehen kann. Nein, nein, von Anfang an ist das lief, bis einmal runter. Sauber, clean, ordentlich. Das ist was ordentliches. Das hat System. Und genauso wie das Außen ist, ist natürlich das Produkt auch drin. Und wenn ihr so ein bisschen mal schaut, dann werden euch vielleicht einzelne Dinger auffallen, die vielleicht bei anderen Firmen optisch vielleicht so ein bisschen nahe kommen und vom Produkt her nahe kommt. Und da liegt ihr auch gar nicht so falsch. Also von daher, macht euch mal ein bisschen Gedanken darüber, so Optik und was könnte da drin sein und mit welcher Firma könnte man das vergleichen. Da seid ihr auf jeden Fall nicht ganz falsch. Ja, ich werde mich da durchtesten durch die einzelnen Produkte, kann und werde auch gar nicht auf die einzelnen Produkte eingehen. Ich weiß nur eins, das ist meine Firma jetzt, das ist mein Sponsor jetzt und ich bin mächtig stolz und Dankeschön. Das coole ist und das ist jetzt wirklich das coole. Das ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein, denn wir haben am Ende kommen wir auf über 200 Produkte und das wird von Hardcore Bodybuilding Produkte gehen bis hin zu den Keksen am Sonntag für Mutti und Großmutter. Also eine wirklich coole, coole Geschichte. Ich bin dabei von Anfang an und ihr werdet da mit Sicherheit viel, viel, viel positive Dinge rausziehen, wenn ihr alleine nur diesen geilen Peanut Cup im Mund habt.